Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tane, der einzig wahre Nachlese für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tane heute von unserem Spiel. Wir waren zu Gast bei unseren Karlsruher Freunden, Karlsruher SC gegen Hertha BSC im Wildpark. Ja, kommen wir gleich zum Spiel. Fünfte Minute, Barkok, das muss er eigentlich machen, oder? Also den Fehler da vom Keeper von Karlsruhe, ja, da hätte er überlegt, da handeln müssen. Dann wären wir natürlich schon sehr früh in Führung gegangen. Das hätte uns natürlich in diesem Spiel schon sehr, sehr gut getan. Wir waren aber danach auch zunächst mal klar, die spielbestimmende Mannschaft, ja, zunächst in den ersten 15 Minuten kam eine Menge von uns, wir haben viel probiert. Ja, und dann halt die 16. Minute, das 1 zu 0 für Karlsruhe, völlig unnötige Ecke, den Ball hätte man also mit Sicherheit nicht zur Ecke klären müssen. Und dann setzt sich Tide gegen Dardai durch, ja, und markiert den Treffer, erster Torschuss gegen uns, gleich ein Tor. Ja, das war unser erstes Geschenk, ja, das war unser erstes Gastgeschenk. Dieses Tor hätte so auch nicht fallen dürfen. Ja, dann 23. Minute, ein toller Ball von Kempf auf Reze, ja, ein One-Touch-Fußball, Reze auf Tabakovic und das 1 zu 1. Klasse, wirklich klasse gemacht von allen dreien und auch an dieser Stelle verdient, absolut verdient zu diesem Zeitpunkt, ja. Ja, und dann in der 39. Minute hatten die Karlsruhe eine gute Chance, da ist der Ball wirklich nur knapp am Tor vorbeigegangen. Ja, und dann hätte man ja denken können, okay, so ein Unentschieden zur Pause wäre durchaus das korrekte Ergebnis gewesen. Aber was passiert? 45. Minute, Karlsruhe das 2 zu 1, Matanovic mit dem Kopf nach einer Flanke. Das ging wieder alles viel zu leicht, unkonzentriert da hinten wieder so ein bisschen diese, diese, ja, auch schon oft angesprochene, oft kritisierte Hühnerhaufen, ja, Mentalität und es steht 2 zu 1 für Karlsruhe. Ja, vollkommen unnötig und gerade dann auch noch die letzten Minuten kurz vor der Pause, da schwimmen wir da hinten wirklich, also, nee, war nicht schön mit anzusehen, ja, und so bleibt es dann 2 zu 1 zur Pause. Ja, die zweite Hälfte recht verhaltener Beginn, ja, keine Wechsel zu diesem Zeitpunkt und dann in der 55. Minute die erste Chance eigentlich für uns in der zweiten Halbzeit, aber der Keeper kann zur Ecke den Ball klären und ja, und aus dieser Ecke passiert dann leider auch nichts Zählbares. Tja, dann gab es einen Wechsel, 60. Minute, Winkler runter, Maser rein. Winkler, den habe ich ja zuletzt zu Recht auch so gelobt, heute allerdings hat er nicht allzu viel gezeigt, leider, ja, muss man sagen, egal auf welche Seite er dann gewechselt ist, na, ab und zu wechseln sehr, dass Reese dann auf die andere Seite geht und dann ist Winkler eben auch auf der anderen, also Reese wechselt von links nach rechts und Winkler von rechts nach links, so, jetzt habe ich es richtig. Und ja, das ist hier und da ja auch ganz erfolgreich, dass Reese also auf der rechten Seite war, so ist ja dann auch unser Tor gefallen, der Ausgleich. Bloß halt eben Winkler, egal auf welcher Seite er heute war, konnte keine Akzente setzen. Ja, und jetzt dann Hertha so nach der 60. Minute auch viel zu fahrig. Karlsruhe kommt dann auch immer wieder zu Chancen. Dann wurde nochmal ausgewechselt, Niederlechner und Sterhan kamen für Barkok und Palco Dardai. Ja, und dann 72. Minute, ja, eingewechselter Niederlechner. Normalerweise hätte das ein richtig cooler Wechsel sein können. Ja, hat gleich eine Riesenchance, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, mit welchem Körperteil er da das Tor erzielen wollte. Bauch, Brust, keine Ahnung. Der Torwart hatte dann aber damit kein Problem. Ja, Hertha viel zu passiv. Oder es kommt fast gar nichts mehr. Kein Zugriff aufs Spiel. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass dieses, dieses Oberthema, ne, Freundschaftsspiel, unter dem ja dieses Spiel stattfand, dass das, äh, ja, das, Hertha hat das so doch mehr als ein Freundschaftsspiel gesehen. Die Karlsruher, sicherlich die ganzen Fans, war ja alles tolle Atmosphäre. Super Choreo übrigens, ne, alles freundschaftlich, alles toll. Ich hoffe dem Karlsruher Fan, der da irgendwie runtergefallen ist, weswegen er dann da auch eher medizinisch versorgt werden musste, dass es ihm, ja, wieder gut geht. Ähm, das war alles toll. Atmosphäre, nur halt eben auf dem Spielfeld, äh, ja, Karlsruher wollte Fußball spielen und sie haben Fußball gespielt. Und das konnte ich leider von unserer Hertha heute nicht zu jedem, äh, Zeitpunkt in diesem Spiel sagen. Ja, ja, und, ähm, dann in der 77. Minute, wir sind wieder viel zu weit weg, äh, vom Gegner. Wanicek, ja, kommt dann völlig frei zum Schuss 3 zu 1. Da hätte Karbovnik vorher den Ball auch wirklich schon richtig klären müssen und da nicht nur so zaghaft zurückspielen, äh, äh, sollen. Ja, also auch das wirklich, Leute, ja, äh, ich bitte an unsere Karlsruher Freunde, das soll jetzt die Leistung der Karlsruher heute auf keinen Fall schmälern. Das ist gar keine Frage. Nur, ähm, wir haben es eben wirklich den Karlsruhern bei diesen drei Gegentoren einfach wirklich viel zu leicht gemacht, weil wir eben Fehler gemacht haben. Ja, klar, Tore entstehen fast immer aus Fehlern der anderen Mannschaft, das ist schon richtig, aber es gibt halt so, naja, so die normalen Fehler, die so passieren. Und dann gibt's eben die Hertha-Fehler, ne, die bei uns in der Defensive passieren. Das ja auch nicht nur heute, äh, sondern das also auch schon sehr, sehr oft in dieser ganzen Saison, ne. Wir haben ja Gegentore, das ist ja unfassbar, ne. Unglaubliche Anzahl von Gegentoren. Und, äh, ja, gut, wir haben zwar auch bisher viele Tore erzielt, aber immer schaffst du es eben nicht, äh, eine schwache Abwehr mit viel Gegentoren dann zu retten über selbst erzielte Tore. Immer funktioniert es nicht, ja. Dann kam 83. noch Bukalakis für Zefrück rein. Gut, ja, auch im Wechsel kann man auch fragen, warum jetzt, äh, eigentlich, ja. Naja, so, und dann in der 87. Minute, ja, ach, gab's irgendein Gewusel oder beziehungsweise halt eine Minute davor oder zwei ein Gewusel im Karlsruher Strafraum und irgendwie bekam dann eben doch, konnte man auch sehen in der Wiederholung, ein Karlsruher Spieler den Ball an, die Hand und deswegen gab es Handelfmeter und, äh, letztes Mal war es ja Fabi Rehse, die wechselt sich ab, äh, diesmal also Tabakovic und, ähm, der nimmt sich den Ball und schießt ins Tor. Ja, wie man von ihm ja eigentlich auch wirklich immer erwarten kann. Das macht er immer gut, ja. Und dann steht's halt eben plötzlich nur noch 3 zu 2, aber okay, es ist die 87. Minute, ja, ein paar Minuten noch regulär zu gehen, dann, äh, auf der anderen Seite noch ein bisschen Nachspielzeit, vielleicht, ja. Ja, Hertha wacht plötzlich auf, ja, äh, fragt man sich auch, warum haben sie vorher dann doch wieder weite Teile verschlafen irgendwie, ja, ähm, aber es ist eben zu spät, ja, es ist eben zu spät, es kamen noch vier Minuten Nachspielzeit hinten, rauf, aber das hat eben nicht mehr ausgereicht für noch einen, äh, Ausgleich, ja. Und dann, wenn man sich die Statistik anguckt, ja, Expected Goals bei Hertha viel, viel höher, ja. Ja, klar, ähm, Hertha hat sich dieses Spiel eben einfach kaputt gemacht, wieder mal durch eine schwache Defensive, ja. Das ist einfach so, ne. Karlsruhe hat ja gefühlt nur so 3-4 Mal auf, irgendwie auf unser Tor geschossen und, und wir haben, ja, und dreimal war der Ball drin, ja, dreimal war der Ball drin, ja. Und alles halt eben wieder wirklich individuelle Fehler, ja. Also so ist das, ja. Wenn du bei guten Freunden eingeladen bist, ja, und, ah, was für ein Gastgeschenk bringst du mit, dann bringst du schön Champagner mit, ja. Ja, und dann am Ende, äh, gibt's dann meinen guten Freunden doch nur Toast Hawaii zu essen, ja. Hm. Ja, nix gegen Toast Hawaii, aber, gut, da hätte ja dann auch ein Gastgeschenk ein Bier gereicht, oder? Ach, Leute, ja, das ist wirklich, äh, schade, schade drum. Also ich hab jetzt, ja, klar, ein Sieg wär schön gewesen, einfach, äh, ja, um in der Tabelle da noch mal ein bisschen weiter höher zu gehen, wie gesagt, ohne jetzt, dass ich jetzt wirklich ernsthaft geglaubt, äh, hätte, dass wir dann nur noch eine großartige Chance auf dem Relegationsplatz, äh, haben. Aber es wäre schon schön gewesen, ja, wenn wir heute das geschafft hätten, was unsere Freunde aus Karlsruhe eben heute geschafft haben, ne, sind auf Platz 5, ähm, und schließt sich natürlich alle mal schöner, ne, ist doch überhaupt gar keine Frage. Und möglich wär's gewesen, ja, gut, äh, von mir aus, ich sag mal so, okay, äh, das war jetzt kein Spiel, was wir hätten jetzt heute wirklich, äh, gewinnen müssen vom Spielverlauf, nein, auch wenn wir jetzt drei Fehler, äh, da kannst du ja sagen, okay, wir haben drei Fehler gemacht, haben selber zwei Tore geschossen, hätten wir 2-0 gewinnen müssen, nein. Die Karlsruhe haben ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht und ich würde mal sagen, ja, so gesehen in Anführungsstrichen gerechtes Ergebnis wäre sicherlich eine Punkteteilung gewesen, wäre ein Unentschieden gewesen, hätte ja auch so diesem freundschafts-, äh, freundschaftlichen Charakter dieses Spiels in dieser tollen freundschaftlichen Atmosphäre ja auch sehr, sehr gut gepasst, aber ich glaube halt eben einfach, wir haben das Thema Freundschaft und das Thema, ja, ein bisschen easy peasy, so ein bisschen schön, ne, so in, in, auf das Lounge-Sofa legen und, ja, mal abwarten, ne. Das haben wir heute ein bisschen überstrapaziert über manche Phasen und die Karlsruher haben es eben einfach doch ein bisschen ernster genommen, das Ganze und, ähm, haben dann halt eben, ja, absolut ein ordentliches Spiel gemacht und, äh, wir haben uns, wie gesagt, selber bestraft, also den Punkt hätten wir selber problemlos holen können und, naja, natürlich, klar, am langen Ende kannst du dann natürlich so ein Spiel auch gewinnen, ne, wenn du deine Fehlerquote weit, weit runterfährst. Tja, meine Freunde, das war es heute zu unserem Auswärtsspiel beim KSC. In der nächsten Woche haben wir ein, ein Freitagsspiel, ja, ein spätes Spiel, das ist ja dann auch schon das vorletzte Heimspiel in dieser Saison, ja, und ich glaube das letzte, ja, das letzte Flutlichtspiel, ja, gegen Hannover, ja, und, ja, da freuen wir uns natürlich schon drauf. Ich könnte mir vorstellen, aus Hannover, na gut, ist Freitagsspiel trotzdem, aus Hannover könnte ich mir vorstellen, kommt vielleicht so 15.000, ja, ist ja nun auch wirklich bei uns gleich um die Ecke und dann von uns nochmal so, naja, also ich könnte mir vorstellen, so knapp 60.000, ähm, damit rechne ich eigentlich am kommenden Freitagabend, ne, weil es ja auch nochmal ein Erlebnis, auch mal ein Flutlichtspiel, ne, das letzte Heimspiel ist ja dann irgendwie an einem Nachmittag bei hoffentlich ein bisschen Sonne und ein bisschen mehr Wärme als momentan ist ja, dieser April ist ja gruselig, ja, ja, so viel zum Klimawandel, ne, ja, egal. Ne, komm Leute, also, alles klar, ähm, dann wünsche ich euch noch, äh, ja, einen schönen Sonntag, Restsonntag, Sonntagabend, dann kommt gut in die neue Woche, trotz unserer blöden Niederlage, die wir uns aber selber zuzuschreiben hatten, na, in diesem Sinne, alles da, alles Liebe, wir hören uns dann nach und sehen uns nach unserem Heimspiel gegen Hannover 96 am kommenden Freitagabend. Bis dahin, alles Liebe euch, macht's gut, haue, ciao. Musik Amen.